Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu zu unserem Kurs Lerne die Arabische Schrift. Wir sind jetzt schon in Lektion 7, Teil 4, mashallah. Wir machen wieder einmal weiter mit unseren Wörtern, bei denen wir lernen, wie viele Schläge jede einzelne Silbe hat. Und ich fange auch gleich mal an, die ganzen Wörter zu lesen, inshallah. Ein Fatalif Hamza Kasro I Und dadurch, dass dieses Hamza hier ist, bekommt dieses Matt, dieses Extramatt da oben drauf. Das heißt, es werden also vier Schläge in dieser Silbe. Also sind das Und dann hier das Okay. Okay. Röin Fatalif Rö Röin Fatalif Rö Röin Fatalif Röin Nasirin 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 Wafatha alif W Lam kasra li Wali Dal kasratan din Wali din Wali din Alif Hamzafatha A Ayn Damma Wau Aau Dal Damma Du Das ist der Anfang von dem Satz Aaudhu Billah Minash Shaitan Irrojim Alif Hamzafatha A Aki Kafkasroya ki, aki, dal damma du, aki du, aki du. Das hier ist das ja, also diese beiden Punkte gehören hier zu diesem ja und das Fatha auch. Das heißt, wir haben hier ein ja, Fatha, ja. Chor, Fatha, Alif ist Chor. Fadamma, Fu. Ja, Chor, Fu. Ja, Chor, Fu. Ja, Fatha, ja. Da, Fatha, Alif. Da. Da, ya, Da. Ha, Dhamma, Hu. Ya, Dha, Hu. Ya, Dha, Hu. Ya, Dhamma, Hu. Qaf, Fatha, Alif. Qa, Yu, Qa. Lam, Dhamma, Lu. Yu, Yu, Qa, Lu. Yu, Qa, Lu. Ta, Dhamma, Tu. Ra, Fatha, Alif. Ra, Tu, Ra. Ba, Fatha, Tan, Ban. Ha, Kassara, Hi. Sin, Fatha, Alif. Sa, Hi, Sa. Ba, Fatha, Tan, Ban. Hi, Sa, Ban. Hi, Sa, Ban. Ba, Fatha, Tan, Ban. Ba, Fatha, Tan, Ban. Sin, Dhamma, Su. Ba, Fatha, Alif. Ba. Ta, Fatha, Tan, Tan. Subatan. Subatan. Sin, Kassara, Si. Ra, Fatha, Alif. Ra. Jim, Fathatan, Jan. Si, Ra, Jan. Si, Ra, Jan. Sin, Fatha, Sa. La, Fatha, Alif. La, Sa, La. Mim, Damatan, Mun. Salamun. Salamun. Da, Fatha, Alif. Da, Fatha, Alif. Si, Da. Da, Fatha, Tan, Dan. Si, Da, Dan. Si, Da, Dan. Ba, Fatha, Ban. Si, Ra, Fatha, Alif. Ra, Fatha, Alif. Ra, Ra. Shara. Ba, Fatha, Tan, Ban. Shara, Ban. Shara, Ban. To, Fatha, To. Ein, Fatha, Alif. A. To, A. Mim, Kas, Ra, Tan. Min. To, A, Min. To, A, Min. Mashallah. Somit kommen wir jetzt zum Ende der Lektion 7, Teil 4. Und wir sehen uns, Inshallah, in Lektion 7, Teil 5. Bis dahin, macht's gut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.